Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Champions Bundle von Gebrüder King. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Champions von Gebrüder King, so sieht das aus. Wir haben hier keine Box, sondern ein Bundle und das Ganze kam in einem regulären Karton. Ihr habt das mal aufgemacht und dann kam dieser Inhalt hier zum Vorschein. Wir haben hier einmal das Album an sich, dann haben wir einen, zwei Sticker, eine unterschriebene Autogrammkarte und einen Pullover, ein Sweatshirt. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier zur linken Nidal Nip, zur rechten Mighty Mo. Darüber lesen wir Nidal Nip und Mighty präsentieren. Also ehemals Mighty Mo ist er jetzt unter diesem Namen hier unterwegs, Mighty. Dann lesen wir hier Gebrüder King Champions. Wie kommt das? Gebrüder King, so nennen sich die beiden zusammen. Also das Kollabo aus Nidal Nip und Mighty Mo, beziehungsweise Mighty ist Gebrüder King. Und Champions, der Titel, beziehungsweise ja, der Albumtitel, der Albumname ist nicht unbegründet, denn sie sind auch beide Titelträger. Das erkennt man auch hier am Cover. Und zwar hat hier Nidal Nip einen Gürtel um die Schulter und Mighty Mo hier eine Kette. Die beiden kommen aus dem Battle Rap. Nidal Nip hat entsprechend Diltily, also Don't Let The Label Label You, ziemlich stark geprägt. Dort gibt es eine eigene Rap-Liga mit Titel-Matches, wo er mehrere Gegner hatte und jedes dieser Titel-Matches bis jetzt gewinnen konnte. Daher gehört ihm der Gürtel bis zuletzt. Also vor kurzem hat dann Charambo den Titel geholt, wobei er sowieso vorhatte, sich aus dem Battle Rap zurückzuziehen. Da ist man am Rande. Und dann haben wir hier noch Mighty mit der BMCL-Kette. Also damals, wer es noch kennt, gab es Rapper Mittwoch und BMCL, also Battle Mania Champions League. Und da hat er auch diverse Battles gewonnen, deshalb gehört die Kette ihm. Und nachdem es Rapper Mittwoch in der Form nicht mehr gibt, wird ihm wohl auch keiner mehr die Kette streitig machen können. Jetzt ist das Ganze ja umgetauft worden oder umgewidmet worden in Top-Tier-Takeover. Ja, soviel nur zur Info, warum sich die beiden Champions nennen. Das Ganze ist nicht unbegründet. Das Ganze, das Album kommt in einem Digipack. Hier auf der Seite haben wir nichts stehen, allerdings haben wir so eine Säule. Passend zum Album-Cover, die beiden hier auch wie Statuen. Hier abgebildet mit einer GK, also einer Gebrüder-King-Fahne. Auf der Rückseite haben wir dann die Trade-List. Wir haben insgesamt 14 Tracks an der Zahl und davon sind 12 Solo-Tracks und 2 mit Features. Und zwar haben wir hier Features. Ich muss ganz ehrlich, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich kenne die Features nicht. Deswegen, sorry, falls ich da wen falsch aussprechen sollte. Wir haben hier Features von Sally, Almani, Haki und Bangs. Und ja, also wir haben hier insgesamt dann 3 bzw. 4 Features auf den 12 Tracks, auf den 14 Tracks verteilt. Darunter haben wir die Credits. Dann haben wir hier ein Booklet in der linken Seite. Dahinter kommt Gebrüder-King-Champions mit dem Gebrüder-King-Logo zum Vorschein. So sieht dann das Booklet aus, also wie auch schon das Cover. Und wenn wir das Ganze dann aufklappen, dann lesen wir hier, Wir haben viele Schlachten geführt und tragen unsere Narben mit Stolz als Trophäen. Doch unsere härteste und größte Schlacht steht noch bevor. Wir werden nicht ruhen, bis der Triumph unser ist. Gebrüder-King-Champions Alle Songs wurden von Drama-Kit produziert, von Chico gemixt. Und die, okay, also das sind noch die Album-Credits, wer daran beteiligt war, wer da mitgewirkt hat. Und dann haben wir so alte griechische, alte römische Tempel, die hier in Ruinen liegen. Und zum Abschluss gibt es da nochmal das Logo. Sehr schön. Ja, sehr minimalistisches Booklet, aber die wichtigsten Infos, wer daran mitgewirkt hat, sind darin enthalten. Dann haben wir die Album-CD, die auch sehr schlicht gehalten, in Weiß und Schwarz. So sieht das aus. Und auf der Rückseite hier Grau und Schwarz. Dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier Sticker dabei, zwei Stück an der Zahl. Wir haben hier einen Gebrüder-King-Champions-Sticker in Schwarz und Weiß rechteckig. Und dann haben wir hier einen quadratischen Gebrüder-King-Champions-Sticker, in diesem Fall das Cover. Also zwei Sticker mit dabei. Dann haben wir eine Autogrammkarte im Querformat. Auch hier wieder das Cover. Und hier haben beide unterschrieben. Also das dürfte wohl die Unterschrift von MyDesign und hier dann von Nidal. So sieht das aus. Und auf der Rückseite lesen wir noch ungeschlagen Merch & Fashion jetzt auf BasementPlace.de. Also das war die Internetadresse, wo man das Bundle bestellen konnte. Genau und da kommen wir noch zum letzten oder zum nächsten Thema. Und zwar gab es das Bundle in zwei Varianten. Ihr könnt das hier sehen, allerdings nehme ich jetzt kurz das Handy, um euch das entsprechend in höhere Auflösung und in Zoom zeigen zu können. Das ist die Variante, die ich jetzt gewählt habe. Und zwar ist das Bundle mit Sweatshirt. Und dann haben wir noch die Variante mit T-Shirt. Also das wäre die Alternative gewesen. Der Inhalt ist ident bis eben auf das T-Shirt bzw. auf das Sweatshirt. Man muss dazu sagen, das Bundle mit dem T-Shirt hätte 26,90 Euro gekostet. Und das Bundle mit dem Sweatshirt hat 29,90 Euro gekostet. Drei Euro Unterschied. Daher habe ich mich dann ganz klar für das Sweatshirt entschieden. Die Größe konnte man bei beiden frei wählen. Also sowohl beim T-Shirt-Bundle als auch beim Sweatshirt-Bundle konnte man sich die Größe frei aussuchen. Und so sieht dann das Sweatshirt aus. Das Ganze in schwarz. Das Shirt war meines Wissens in weiß. Dann haben wir hier im Brust bis runter zum Bauchbereich groß das Gebrüder King Logo. Und darüber im Brustbereich lesen wir dann hier Niedernipp, Mighty Präsentieren, Gebrüder King Champions. Ja, ansonsten das Ganze hier in schwarz. Auch von hinten. Also wir haben hier keinen Backprint oder Neckprint. Hier alles in schwarz gehalten. Und wir haben es bei diesem Pullover zu tun mit einem B&C Unisex und das Ganze in Größe M. Wie gesagt, Größe damals frei wählbar. Ich habe mich in meinem Fall dann für Größe M entschieden. Und das Ganze ist, wo haben wir es hier? Wo haben wir, ja genau da, ganz oben können wir lesen. 80% Baumwolle, 20% Polyester. Ungewöhnliche Mischung für einen Pullover. Die meisten sind dann noch aus 100% Baumwolle, aber das freut mich. 80% Baumwolle, 20% Polyester. Und das Ganze ist, wo haben wir es hier? Made in Pakistan. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch mal kurz im Detail an. Also, wir fassen zum Abschluss noch mal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Sweatshirt, wie gesagt, Größe damals frei wählbar. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Die beiden Sticker, einer im Querformat, einer quadratisch. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks im Digipack. Jawohl. Das alles in diesem wunderbaren Bundle Champions von Gebrüder King. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mighty Moe und Nidal Nip bzw. die Gebrüder King unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.